Seit vielen Jahren ist der GT2000 von Essex einer der beliebtesten Laufschuhe. In seiner vierten Version gibt es ihn auch als GTX-Variante. Die eingearbeitete Gorotex-Membrane schützt seine Füße von Nässe und vor Feuchtigkeit. Attraktiv für Läuferinnen ist, dass die Füße auch immer warm gehalten werden. So kannst du dein Training in der kalten und nassen Jahreszeit auch genießen. Die Overlays, die Mittelfußkonstruktion und die externe Fersenkappe geben dir immer einen sicheren Halt im Schuh. Du magst das sanfte Essex-Laufgefühl? Dank der Fluid Ride Zwischensohle und den Gelelementen wird dies möglich. Auch das bekannte Dynamic Duo Max System ist mit an Bord. Es verhindert ein zu starkes Einknicken deines Fußes in der Abrollbewegung. Neu ist, dass die Guidance Line den Bedürfnissen eines Stabilschuhs angepasst wurde. Sie macht den Schuh auf der Außenseite flexibler und auf der Innenseite stabiler. Mit den eingesetzten Technologien ist der Essex GT 2000 GTX ideal für schlechtes und unangenehmes Wetter. Du hältst ihn in deiner Runners Point Filiale oder bestell ihn ganz einfach bei uns hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.